Und er wurde dieser Rolle gerecht. Nach seiner Führung im Skispringen verteidigte er sie auch beim abschließenden 10 Kilometer Langlauf. Im ZDF sagte er, er habe schon beim Rennen eine Ahnung gehabt. Ich konnte mir das Rennen gut einhalten und als ich dann nach dem letzten Berg an der Abfahrt an der Kino vorbeigehen konnte, wusste ich, das kann reichen. Damit belegt Deutschland nach 29 von 98 Entscheidungen in der Medaillenwertung Platz 1 mit 5 mal Gold und 1 mal Silber. Beide Medaillen könnte es schon heute Abend geben. Im Rodeln auf dem Doppelsitz... ...die finanziell füreinander einsteigen müssten. Sparen verließ zudem auf Ruhe Freigrenzen, bevor man zur Finanzierung der Unterhaltskosten heranbezogen werde. Ich war im Fall genauer jetzt das Neueste aus dem Eiswerk. Ich vergesse, der kommt wir sehen. Erst die Vorgefahrenstellen, dann nicht raus. Wir fangen an auf der Ablei. Frau Kölnricht... ...hat vorgelegt hat, den aus dem 2 Drittel der Leitungen der Normalschanze und einem Langlauf über 10 Kilometer. Frenzel galt auf als großer Favorit. Nach dem Sieg zeigte er sich im ZDF trotzdem berechtigt. Hey! Medaille in der... Ach! Da haben wir nur umbeschreit... Ach, nach dem Unfall, komm! Von dieser Goldmedaille jetzt wagen! ...und dafür zu stehen. Gelegt platt! Ach, dass es jetzt heute wirklich so geklappt hat, ist einfach unbeschreitend. Hinter Frenzel galt. Der Watter B. und der Norweger Kug, die Wette 2 und 3. Die anderen Deutschen, Johannes Ritschek, Fabian Wiesdorf, Stimmann, geliebten direkt 6 ab. Ihre Drohung im Parlament, einen Misstrauensantrag zu stellen, können die Grünen allerdings nicht allein in die Tat umsetzen. Dafür haben sie 20 Abgeordnete zu wenig. Aber sie sind sicher, dass auch Politiker anderer Fraktionen einen Misstrauensantrag unterschracken. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020